An deiner Stelle würde ich mir um Bärchens Nervensorge machen. Ist ein bisschen Reiz bei der Gute heute. Ja, weil du so aggressiv bist. Kommst du mit in deiner Laune rein? Hey, meine Laune ist super. Na, Glückwunsch. Du hast es wieder geschafft. Was ist denn los? Ist doch sonst nicht so. Ja, war's wohl. Sie ist sensibel heute. Hätt's mir mal vorher sagen können. Bis ich es sonst so'n Frauen verstehe. Neigt ihr Mann zu Gewalttätigkeiten? Okay. Wir haben uns vor ein paar Wochen getrennt. Aber das macht ihn noch nicht zum Mörder. Er war's nicht. Woher wollen Sie das wissen? Sie sagten doch selbst, Sie hätten den Täter nicht gesehen. Hier. Das lag in meinem Briefkasten. Ich denke, man sieht sich? Ja, man sieht sich. Okay, cool. Würdest du meine Telefonnummer haben? Oder lieber nicht? Ja, das wäre gut. Hast du einen Schnitt? Nein. Tja, also, wenn du mal in der Nähe der Uni bist, ich hab meistens so einen Prüfschluss. Ja, ich bin Katrin nicht. Wieah, wer ist das? Ja, ich bin Ad again. Untertitelung des ZDF für funk, 2017